Wann nutzen Sie Ihre Lizenz zum Geldmachen? Wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, ich könnte 5000 Euro im Monat und mehr nebenbei verdienen, ohne eigenes Zutun, wie im Schlaf, meine Ohren hätten sofort auf Durchzug geschaltet. Denn derart vollmundige Versprechungen deuten normalerweise auf irgendein windiges Schneeballsystem hin. Wie gesagt, normalerweise. Aber bei diesem Geschäftsmodell geht es um Lizenzen. Lizenzmodelle sind nicht nur legal, sie sind auch genial. Und sie sind inzwischen zu einer der mächtigsten finanziellen Triebfedern der modernen Welt geworden. Triebfedern, die Sie selbst nutzen können. Denken Sie einfach mal an die Fußball-Bundesliga. In dieser Branche werden Abermillionen und Milliarden von Euro umgesetzt. Einzig und allein auf Basis von professionellen Lizenzspielern. Ohne Lizenzen würde am Samstagnachmittag kein Schiri in Deutschland die Pfeife in den Mund nehmen. Auch Kinofilme, Musikprojekte und andere kulturelle Ereignisse werden längst von Lizenzen beherrscht. Wenn irgendwo ein neuer Film von Walt Disney anläuft, werden parallel dazu Trinkbecher, Plüschfiguren und andere Produkte mit den entsprechenden Filmmotiven darauf millionenfach verkauft. Und jedes Mal fließen üppige Lizenzgebühren. Lizenzen liefern die perfekte Win-Win-Situation. Der Lizenzgeber nimmt Geld von den Leuten ein, die eine Lizenz auf sein Produkt erwerben, um dieses Fremdprodukt dann im eigenen Namen selbst verkaufen zu können. Und dieses Geld in ihre eigene Kasse fließen zu lassen. Der Lizenzgeber muss sich nicht um das Marketing kümmern. Der Lizenznehmer hat keinen Stress mit der Entwicklung eines Geschäftsmodells oder Produkts. Beide Seiten profitieren gewaltig dabei. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen nur dringend raten, sich intensiv mit dem Modelllizenzen auseinanderzusetzen. Denn hier eröffnen sich wirklich jene sagenhaften Verdienstmöglichkeiten, die Ihnen ansonsten nur mit Vorsicht zu genießenden, halbseidenden Geschäftsmodellen versprechen. Lizenzen aber sind eine durch und durch saubere und solide Sache. Lesen Sie dazu mein Ratgeber Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen. Hier schildere ich Ihnen Schritt für Schritt, wie auch Sie enorm von Lizenzen profitieren können. Und Sie erfahren zudem, auf welche Besonderheiten Sie achten müssen. Es gibt kaum ein anderes Buch im deutschsprachigen Raum, das Sie auf diese intensive und zugleich verständliche Weise mit diesem Thema vertraut macht. Kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Gehen Sie stark. 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 Untertitelung des ZDF, 2020